ja schon recht weit oben jetzt noch ein wanderweg und der geht die ganze zeit oder fast die ganze zeit an dem hintereingang von irgendwelchen villen lang aber ich habe extra gefragt es gibt in frankreich keine privaten städte das heißt bis ein gebode bis ans meer gebaut ist dann kannst du ja immer noch dann darfst du das gelände halt darauf hier könnte man schon geil schnorcheln ich sehe jetzt schon steinformationen und seegas ich habe immer noch zehn kilometer vor mir und ich glaube der letzte bus fährt heute abend um acht oder viertel nach acht und jetzt ist es schon viertel vor drei fünf und halb Stunden aber es geht die ganze zeit so wie hier der große und ewig lange fünf kilometer ist ja gleich mit ein paar stufen mehr fünf meter überbrückt was sag ich mit meter bis unten zehn locker ich werde natürlich nicht als treppensteigen ich muss noch um diese lampshung wieder hinten rum und dann sind es auch noch mal ein paar kilometer bis riematuell beziehungsweise das hier alles schon riematuell war da hinten aber ich meine pampelone beach das riematuell hier im hintereingang wieder von der welle deswegen hier privat stieg quasi hier ist geil der weg gefällt mir ich frage mich was ich für kalorien ich heute habe und auf meinen zähler habe oder ob meine uhr so lange überhaupt durchhält aber ich habe ein ladegerät dabei ein power bank mit 10.000 milliampere das muss ich erst mal reichen ja foto und anerlichtung ich hoffe dass die memory card auch 4k aufnimmt weil das ist nur u1 normalerweise braucht man u3 aber das war das schnellste was sie da hatten und gleichzeitig auch das belegste ja sanddisk halt sanddisk pro extrem klar 668 geschwindigkeit 100 megabit lesen gibt schnellere aber ich glaube meine anderen sind auch von sanddisk oder einer jedenfalls und das ist dieselbe und dadurch ist noch kein problem mit 4k das ist doch irgendwo jemand aber für dich auch wenn ich hier eine villa hätte ey da kannst du natürlich nicht hinkochen das ist noch ein ganz schönes stück der strand ist auf der anderen seite da von der bucht also auf der rückseite von der halbeinsel das ist ganz schön weit ok der kommt raus weil 4k ist nimmt nicht viel speicher weg aber kann ich schon zu hause auf meinen 4k fernse ankommen da d Vielen Dank.